Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie sie an Bild beschriften können, anfügen können und auch ein bisschen spiegeln können. Also hier wollen wir zum Beispiel unser Bild anfügen, dann stellen wir einfach unseren Mauszeiger, wo wir das Bild haben wollen. Und dann gehen wir auf anfügen und dann Bild und dann aus Datei holen wir einfach ein Bild, das wir gespeichert haben. Also das ist unser Ordner, wir gucken einfach ein Bild, das uns am besten so gefällt, zum Beispiel dieses Bildbefehl uns und wir haben einfach schon ausgedrückt. Und das Bild ist schon sofort da und wir haben das Bild schon angefügt und wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach das Bild zu bearbeiten. Sie können das Bild zum Beispiel nochmal ein bisschen gleichmäßig so verkleinern, wie sie wollen. Oder einfach so verkleinern, gleichmäßig und es wird einfach so gleichmäßig. Sie können auch, Sie haben auch die Möglichkeit, das Bild einfach vertikal zu spiegeln und nicht zu drehen, sondern zu spiegeln. In OpenOffice kann man das Bild einfach nicht drehen, sondern spiegeln. Man sagt immer drehen, 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 aber das ist einfach spiegeln. Und Sie können auch im Horizontal einfach so spiegeln, wie Sie wollen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, das Bild einfach nochmal richtig anzurichten, zum Beispiel linksbündig oder zentriert haben oder rechtsbündig. Und Sie können auch oben verschieben, unten verschieben und auch mittig oder ganz unten verschieben. Und Sie haben auch die Möglichkeit, die Umrandung einfach zu geben. Sie sehen, wir haben verschiedene Umrandungen hier. Sie können zum Beispiel sagen, ja, ich möchte nur solche Umrandungen haben. Dann drücken Sie einfach drauf und sofort merken Sie schon, wenn ich drücke, dann sehen Sie einfach diese Linie hier. Und wenn ich zum Beispiel nochmal drauf drücke, um zu aktivieren, dann merken Sie, wir wollen jetzt eine dicke Linie haben, zum Beispiel diese Linie oder diese hier. Dann sehen Sie schon, die Linie sind da und von daher können Sie anfangen. Und Sie können auch die Linie anfärben, wie Sie wollen, zum Beispiel, wir wollen die Farbe Blau haben, dann merken Sie schon, wie es schon ist. Und den Hintergrund können Sie natürlich auch anfärben, wie Sie wollen. Also, in grüner Farbe wollen wir zum Beispiel, dann ist das Bild einfach so mit Umrandungen. Wir konnten auch alle Umrandungen machen, aber diese Art haben wir einfach ausgesucht. Und wir wollen weiter das Bild einfach bearbeiten, indem wir zum Beispiel sagen, wir wollen zum Beispiel keinen Umlauf haben oder wir wollen einfach einen Seitenumlauf haben. Dann merken Sie schon, wie das Bild sich bewegt. Und hier durch den Durchlauf können wir einfach machen, das heißt, der Text ist einfach hinter dem Bild. Also, Sie sehen schon, wie es ist. Und Sie können natürlich einfach das Bild so bewegen und genau positionieren, wo Sie das Bild haben wollen. Und von daher, die Möglichkeit besteht auch so voll manuell als auch ganz mit anderen Eigenschaften da. Und Sie können auch mit der rechten Taste da drücken. Und zum Beispiel können Sie zum Beispiel auch hier anordnen, zum Beispiel ganz vorne, weit, weiter nach vorne oder nach hinten. Also, Sie können einfach alles machen, was Sie wollen. Und Sie können auch hier ausrichten, wie Sie wollen. Und hier haben Sie auch den Umlauf. Und von daher können Sie einfach zum Beispiel sagen, dynamischen Umlauf. Dann sehen Sie schon, ich mache nochmal, ich verkleide nochmal, damit Sie besser sehen können. Und Sie sehen schon, das Bild steht da in der Mitte und der Text läuft einfach herum, fließt einfach herum. Und Sie können auch sagen, hey, ich möchte nochmal was anderes haben. Zum Beispiel, das Bild sollte einfach im Hintergrund sein. Und Sie merken auch schon, das Bild ist auch im Hintergrund. Und Sie können einfach das Bild als Layout benutzen. Und von daher haben Sie auch die Möglichkeit. Also, Sie können verschiedene tolle Sachen einfach mit dem Bild hier machen. Und in dem nächsten Video zeige ich euch nochmal sehr tolle, tolle Sachen. Und Sie können auch transparent, das Bild transparent machen, indem Sie einfach hier drauf drücken, um einfach die Transparenz zu erhöhen. Und wenn Sie merken, nee, das gefällt mir nicht, dann können Sie einfach noch, ja, weniger machen, weniger transparent einfach hier drücken. Also, Sie haben viele verschiedene Möglichkeiten. Also, und von daher freue ich mich einfach, das nächste Video mit euch wieder zu teilen.